so wie ihr es gerade gehört habt heute ist muttertag also die eier sind vom muttertag vom sonntag deswegen bin ich auch mit dem muttertier unterwegs hallo hallo die extra woanders hingehen wollte dass man sie nicht sieht jetzt ist es auch das allererste mal dass ich versuch das damit aufzunehmen also mit dem iphone normalerweise habe ich immer das huawei p20 wir haben jetzt 12 12 kilometer vorbereitet die wir gerade aufmachen wollen leider wollte ich gerade die aufnahme starten und bin schon auf die eier gekommen wir switchen jetzt aber mal zurück gucken dass man die app nicht zu machen sternstücke es an schauen wie die eier aufgehen 12 12 kilometer eier mit dem iphone und da ist ein pionscora drin mit 4800 staub ok ein lavita mit 6900 staub also eigentlich ist der staub immer das interessante aus diesen eiern oder ob es noch mal einmal molunk gibt vielleicht noch ein weibliches hier ein skalück mit 7785 ein absol mit 4800 noch ein absol 9600 sternen staub da seht ihr auch gleich mal ob die eier flüssiger aufgehen und das gameplay flüssiger ist als sonst bei dem huawei noch ein skalück mit 7284 noch ein skalück das ist dieser kleine dicke baby vogel 4801 den die mama so toll findet noch ein lavita 9166 ich müsste eigentlich mein molunk noch entwickeln gladiantri 7212 du kommst einfach nicht dazu irgendwas zu erzählen weil immer direkt das nächste aufgeht in das nächste aufgeht noch ein gladiantri 4800 molunk fehlt mir noch der eintrag dann von der entwicklung da wollte ich aber erst warten dass ich mit jemandem vielleicht mirror trade machen kann bei lucky friend mit zwei weiblichen und das dann entwickeln noch ein gladiantri noch ein lavita skalück gladiantri lavita müssten jetzt gleich gezogen sein das waren alle eier noch mal 4800 am ende wir werden kurz durchgehen und die bewerten was wir hier haben schlecht geht schlecht 96 prozent beim absol nochmal schlecht wieder besser wäre cool wenn irgendwann auch mal 100 dabei ist oder nochmal ein shiny aus den 12 eiern kommt gladiantri fehlt mir zum beispiel als 100er das wäre nett oder ein 100er molunk oder irgendwas was brütet ihr gerade für eier schreibt es mir in die kommentare ich melde mich zurück ich sammle jetzt wieder eier bis ich wieder zwölf stück habe und die nächsten 12 12 kilometer eier aufgehen und ich versuche diesmal sogar drei runden in diese sendung mit rein zu packen und guckt euch das schöne gelbe handy an für team gelb die sonne ist nicht so schön das sieht nämlich alles gesisch aus so runde zwei eier es ist ein herrlicher sonniger tag und guckt mal da ist der hannes ich habe das muttertier ausgetauscht gegen hannes bei uns ist jetzt nämlich hier montag der tag wo wir eigentlich wwe backlash gucken wollen das muttertier ist im rewe die wird er noch heim gebracht hannes ist da und hier aber schon wieder 12 12 kilometer eier die aufgehen ich habe das nächste sternstück an wir wollen jetzt mal die eier aufmachen hannes willst du mal drauf drücken ich drücke hast die eier aufgehen jetzt wird es wieder hektisch und brutal ist nicht mehr spannend eier öffnen aber wir haben einen zur kex mit 5700 staub gucken was das höchste ist wir haben ein gladiandri mit 4800 staub ihr habt ein zur kex da hätte ich ja doch lieber skalück 7494 staub noch ein zur kex das ist die kex folge mit 7300 740 wenn noch ein zur kex kommt dann gar nur will jetzt 100 das wäre 6900 staub 100er gar nur will wäre richtig genial la vita ha früher hat man sich gefreut sage ich mal 8700 staub und 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 ist gar nicht darf er nicht fehlen in keiner folge 9300 staub ok von der rest von dem ständstück läuft sowieso immer ins nichts la vita nochmal 8601 la vita kommen hier 9000 8137 ist schon ok ne nimmt man mal mit ab soll jetzt noch das wäre 6900 noch 6500 aber kein zur kex mehr oder 5300 ein produktor 1 model und ein da brauche ich auch kein produktor mehr mit 8169 wir fangen das bewerten an von hier gucken kurz mal durch schlecht 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 also eigentlich ist alles schlecht außer es werden 100er dabei aber scheini war sowieso nicht dabei das haben wir schon gesehen drücken wir ganz kurz hier durch 98er lavita da können wir uns mal einen haken dran machen haken sehen aus wie sterne merkt euch das weiter 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 nix 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 kein lück nix kam nur will auch wieder schlecht ich würde sagen weil der hannes da ist und weil es immer so viel spaß macht dass der hannes da ist und das auto kommen was uns gleich über fährt sammle ich noch mal 12 12 kilometer eier melde mich dann zurück wenn die dritte fuhre aufgeht oder hannes hast du bock ja natürlich ist dabei 3 also 36 12 kilometer in einer folge so wir sind zurück zum teil 3 vom saftigen eier video guckt euch das an da ist der saft hallo hannes wir haben uns jetzt hier auf die bank gesetzt seht ihr die bank und hier sitzen wir jetzt und gucken wenn die eier aufgehen ich habe extra wieder ein ständstück angemacht und dann müssen wir noch einkaufen gehen 12 12 kilometer eier schlüpfen noch mal dann aber drei fuhren zusammengepackt und das erste was aufgeht ist ein ein malung guck dir das an ist es ein weibchen es ist man weiß nicht was es ist es ist ja weg man kann es ja nicht mal bewerten aber malung jetzt schon highlight ein absol hinterher 7200 staub 9600 staub 64 bonbons das klingt auf jeden fall brutal ein ball all geht all geht genau mit 8700 staub ein gladiantry mit helm der kleine cesaro mit 4800 staub auch 8 xl bonbons dazu noch ein all geht mit roten augen das ist ein krypto guckt euch an 8188 staub 54 bonbons das wird wieder alles runter gerattelt das galücke darf nicht fehlen der kleine dicke vogel mit 6982 staub bonbons konnte ich nicht lesen waren viel zu schnell weg pam pam bisher nichts doppelt außer all geht pam pam mit 53 bonbons xl 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 f i malung mit 850 zwei molungen in einer ladung wenn da noch ein weibchen dabei ist und ein gano will ich glaube das ist die beste ladung von jedem was dabei vor allem noch pam pam lavita fehlt lavita muss noch kommen gladiantry dings mit 4800 staub skalük gut zieht gleich mit all geht 9025 staub 60 skalük bonbons das dürfte das letzte eis sein noch ein gladiantry vielleicht ist da trotzdem irgendwann mal ein hunderter dabei wir müssen die alle jetzt noch mal bewerten da gab es noch mal über 8.000 staub das molung hat 603 das andere 628 wir wissen also schon das hier ist schlechter das ist ein männchen und das andere ist ein männchen aber wir haben ja unsere weibchen schon bewerten jetzt alle mal wenn wir hier drauf gehen haben wir nämlich 11 10 13 als molung dann ein absol mit schlechten werden dann haben wir hier ein all gilt mit schlechten werden wir haben ein gladiantry mit schlechten werden wir haben noch ein all geht es dürfte ins 93 sein da fehlen nämlich drei punkte skalük fast das schlechteste ein punkt zu viel leider pam pam leider auch nicht so krass hunderter pam pam wäre auf jeden fall richtig genial noch ein molung mit relativ guten werden 14 13 14 gano will 100er gano will muss her hunderter pam pam muss her 100er molung muss her jetzt weiß ich auch wieso ich momentan zwölfe eier brüte und noch ein gladiantry mit 15 15 11 skalük mit 11 15 11 gladiantry noch mal mit schlecht die letzte ladung fand ich trotzdem jetzt am besten gar nur will hätte sogar xl baumann zusammen wir brauchen nur irgendwann mal ein hunderter und bei pam pam 242 wenn wir da noch ein paar brüten könnten wir auch mal wie heißt das pandrago pandagro keine ahnung klingt wie piondragi das piondragi ist ja wieder was anderes also für mich die zwölfe eier immer noch die interessantesten die korrektesten noch ein paar molung mitnehmen wer da immer noch eins braucht sind ja trotzdem selten gutes molung mitnehmen gutes pampam ein gutes gano will und natürlich kann ja auch milzer am start sein da auch noch bonbons sammeln obwohl das ja auch zum go fest kommen ansonsten war es das jetzt von meiner seite aus das müssten jetzt wirklich drei folgen gewesen sein 33 eiers und die letzten eiers waren glaube ich die besten eiers dies der bester ist der bester was der bester ever will be wie brenhard irgendwo geht noch ein fünfer auf würde sagen tschüss hannes bis zum nächsten mal peace out vorhaut euer ramses natur ramses schon wieder dran tschau